Endlich kommt es auch zu uns. Das Meisterwerk von Ernst Lubitsch. Vorhang auf, aber schnell! Hier geht es wirklich um sein oder nicht sein. Schauspieler spielen um ihr Leben. Das ist einer von ihnen. Jeden Abend steht er auf der Bühne als Hamlet. Erfolgsgewohnt und absolut sicher. Na nun? Sein oder nicht sein. Sein oder nicht sein. Und das ist sie, seine geliebte Ophelia. Sie denkt nur an ihren Hamlet, auch im Leben. Denn sie führen eine glückliche, harmonische Ehe. Wenigstens meistens. Wenn ich irgendeinen Witz anfange, stielst du die Pointe. Wenn ich Diät esse, dann nimmst du ab. Wenn ich mich erkälte, du hustest. Und wenn wir jemals ein Kind bekommen sollten, dann bist du wahrscheinlich die Mutter. Wenn ich der Vater bin, bin ich zufrieden. Und das sind die kleinen Darsteller des Ensembles. Bescheiden und stets zufrieden. Im ersten Akt einen Spieß tragen und im zweiten auch. Ja, und im letzten Akt den Ravitsch von der Bühne tragen. Ach, ich würde dieses bornierte Rinfi am liebsten fallen lassen. Dann würden wir aber einen Lacher haben. Kurz ein Ensemble, das sie schätzt, achtet und neidlos verträgt und sich sogar mutig an heikle Zeitstücke heranwagt. Da sitzt man nun. Wartet auf seinen Auftritt, dass man endlich weggangt. Man muss warten und warten, bis man aus der Stimmung ist, nur weil zwei kleine Chargen des Ensembles ihre Rolle vergrößern möchten. Wenn ich eine Charge bin, dann sind Sie ein Schmierendarsteller. Was? Ich bin erster Charakterspieler. Aber über Nacht wird aus dem Spiel ernst. Und sein oder nicht sein wird zum Stichwort für alle. Es ist Krieg. Man bringt sich gegenseitig um und Stanislaw. Leb wohl, Maria. Der Vorhang ist gefallen. Das Theater ist leer. Aber jetzt wird ein ganzes Land zur Bühne. Der Feind führt die Regie und keine Zensur kann das Stück ablehnen. Und Sie Schauspieler? Sie werden wieder spielen. Aber jetzt werden Sie spielen, weil Sie müssen. Nicht um Geld, nicht um die Gunst des Publikums, sondern um Ihr Leben. Also bitte. Silecki will heute Abend mit mir essen. Und wenn uns nicht irgendwas anderes einfällt, dann bleibt mir nichts weiter übrig, als ihn selbst umzubringen, weil ich die Einzige bin, die an ihn rankommt. Siehst du, das wäre alles überhaupt nicht passiert, wenn der Leutnant früher angekommen wäre als Silecki. Aber Sie haben ein Flugzeug für Silecki geschickt. Daher war Silecki vor dem Leutnant. Hier ist das klar. Nein. Die Schauspieler führen den allmächtigen Feind an der Nase herum. Durch eine Komödie, die so köstlich, so frech und so schmissig ist, dass Sie sie nie vergessen werden. Nein, ich kann es nicht. Ach, das können Sie nicht, hä? Zu empfindlich, wie? Sie können einen Menschen ermorden. Sie können ihn kaltblütig umbringen. Aber Sie können ihn nicht an seinem Bart sehen, hä? Aber Herr General, ich... Hör den Kerl ab! Nicht doch, Herr General. Dieser Mann ist ein Schwindler. Sind Sie wahnsinnig? Das ist, das ist Professor Silecki. So? Andere an die Wand zu spielen, das ist kein Kunststück. Aber sich selbst. Das gelingt nur unter der meisterhaften Regie eines Ernst Lubitsch so hervorragenden Schauspielern wie Jack Benny, Carol Lombard, Robert Stack, Felix Bressard und vielen anderen in dem umwerfenden Ernst-Lubitsch-Film Sein oder Nichtsein. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020